Begrüßt Christina Aguilera in Los Angeles, unseren Reporter. Er und wir können kaum glauben, wie dünn sie wieder ist. Dass die 32-Jährige den Kampf gegen die Pfunde gewonnen hat, liege auch an ihrer neuen, relaxten Lebenseinstellung. Ich habe, seit ich ein Kind bin, immer richtig hart gearbeitet und alles gegeben. War überperfektionistisch. Das ist dann ins Negative umgeschlagen. Doch je älter ich werde, desto besser weiß ich, was mir gut tut und was nicht. Sagt und versprüht weiter Gutes. Nämlich ihr neues Parfum Unforgettable, das sie gerade eifrig promotet.